... 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 Jetzt sehen wir Tristan und Andreas Mayer aus Knappich. Vielen Dank. Hier mit Sicherheit ein Pony, was den Anforderungen absolut gerecht wurde, die Distanz mit dem Abdeckung vom Galopp her gut ankam, vielleicht selber so ein bisschen früh, ich sag mal abbremste schon immer über den dritten Sprung, dem Aussprung, aber trotzdem hat uns das Pony gut gefallen. Wir haben im Galopp die 7,5 gegeben, im Vermögen die 7,5 und in der Technik die 7,0. Von Serrali Kipi, zu seiner Mutter von Seriero, Züchterin und Besitzerin, die McDonalds aus Nora. Das ist ein Pony, das ist ein Pony, das ist ein Pony. Das ist ein Pony, das ist ein Pony, das ist ein Pony. Das ist ein Pony, das ist ein Pony.